für die ich bin halt so weit von meinem ist mir braucht und main quest mink ist es was für anfänger ok also diesmal keine in herz blutung aber ich hätte gerne vertritt stinknormale blutung kraftaufladung wo war der container da oder ist noch ein flirt hier auf der anderen seite so den haben wir eingesammelt was wer wo du ok ich mache zu viel agro mit ihnen und beides resistet wenn ich jetzt darüber hier ist so viel da oben ist irgendwie noch ein questing let me try to get to the quest shit first die skorpios sind aber aggressiv man oh ich habe ne idee ich will wissen ob das funktioniert so dass das das ok also 1 2 dann machen wir das hier dann das und dann das das funktioniert und das macht sogar scheiße schaden ich bin da und war das ich bin da und war das ich bin da und war das und das das noch eine kolonie oder oh no 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 wisst ihr was das ist das ist kolonie vier ja wir sind hier oben ooooh oh 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 ooo interessant das ist vielleicht ein short kat, den ich runter lassen kann Da ist noch ein Flöti. Wenn hier ein Shortcut wäre, wäre das natürlich super angenehm. Ich meine, ich sehe auf jeden Fall das Ding da unten. Kann ich das nicht einfach einsammeln, weil ich jetzt hier oben einen Portpunkt habe? Well, I guess we're doing this. Komm ich da auch wieder hoch? Oder komm ich jetzt nicht wieder hoch und muss hochporten? Na, ich glaube, ich muss hochporten. Nee. Nee. Da winkt keiner. Oh, das ist der andere Weg da drüben zu dem anderen Container. Ja, hallo. Das lohnt ja mal total, hier lang zu gehen. Kriegst du den No-Porn-Münzen-Bazaar? Du kriegst hier irgendwie alles mögliche. Andere geschüttelt. Was seid ihr? Oh, ihr seid wieder die scheiß Coff-Tools. Ich hasse euch. Wie viel Schaden hat der mir gemacht? Excuse me. Der ist doch nur zwei Level höher als ich. Verfehlt. Come on. 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 Okay, damit hat er Angriffs-Down. Die sind nicht ohne. Ich sollte nicht zu viel... Ach, du Scheiße. Das ist doch noch ein 26er Elite. Pass auf. Wir nehmen uns erstmal den her. Wir nehmen uns erstmal ein. Wir nehmen uns erstmal den Howl. Wir haben sie irgendwo... Wir nehmen uns zur Benrazum. Der ist einfach www.mannst.co.nz. Wir habengeben uns ein centeredes... Das war nice. Shit. Fühlig habe ich einen zweiten Mob gedreht. So, ihr sammelt euch zuerst mal. Ja, und das war nicht mal der Elite. Der Elite steht da noch. Okay. Ne, der steht da auch ziemlich fest und der bewacht den Container. Ich würde hier, glaube ich, gerne saven. Let's see. We can make use of this. Well, we've been found. Okay, Mädels. Den können wir nicht feinden. Meine Tanks werden von dem zerstört. Look at this shit. Wir tanken gerade Juni. Nah, that's not rough. Let's go. Das ist Selbstmord, das viel zu verhalten. So, kann ich hier weiter hochjumpen oder muss ich wieder hochporten? Anscheinend kann ich einfach wieder hochjumpen. Ich glaube, da ist irgendwas. Aber ich habe auch das Gefühl, Level 40 ist zu viel für mich. Sind die 40? Ja, die sind 40. Okay, gucken wir, was in der Richtung hier ist. Wait, wenn du Marker setzt, kannst du die benennen? Ich weiß, dass du Marker setzen kannst. Äh. Ja. Kannst du die nicht benennen, okay. Ich dachte, maybe könntest du so eine Notiz machen oder so. Da hinten ist Tröti. What the fuck is this? No, 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 no. Wir sliden da nicht runter. Wobei hier oben ist... Ja, du kannst hier theoretisch hinporten, keiner. Das hier... Wo ist mein letzter Portpunkt hier oben? Da... Ja, ich glaube, ich springe ja mal runter. Was just for the lulz. Okay, let's see... Welches Item hätten wir gern? I guess... Das auf der Seite, ja. 27 Elite. fully start! Fress! 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 Fress,lotte! Fress! Fress! Fress and laug! Fress out! Oh yeah! You want some more? Okay, das haben wir gehittet. Ich brauche mehr Heilung. Warum heilen meine Heiler nicht? Ich kann nicht Sinn kommen, weil sie tot ist. Okay. 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 Aber das ist doch so super eng. Let's do this. Okay, let's see. Ähm... Gewährt allen Mitstreitern Angriff Plus. Hm... So, das ist schon mal schwanken. Umwerfen? Flächenheilung. Äh... Kraftaufladung. Ja, Senna ist halt tot, da hab ich überhaupt nicht drauf geguckt. Ich hab eine Idee. Äh... Ich würde das hier die physische Angler von denen... Ja... Ist nicht genug. Ich würde das hier. Ich würde das hier. Ja, ich würde das hier. Ja. Ich würde das hier. Wipa! Auf der Bühne, Senna. Ich würde das nicht hören. Danke. Ich habe es nicht zu filmen. Ich werde das nicht mehr. Wipa! Ich habe es nicht mehr. Ich werde das nicht mehr. Mio! Uppertack! Ich glaube ich habe zu wenig Heal hierfür Na ich versuche schon die ganze Zeit ihn zu zählen, aber da er das ja so hohes Level ist Kriege ich den CC nicht rein Ja, that's GG Okay, wir gehen dann nicht runter und sammeln das Item ein Ja, das ist die Lieferung, die gehen wir uns glaube ich als nächstes angucken Ja, wir gehen uns die Lieferungen hier angucken Bist du todeshohes Level? Du bist anscheinend gar kein Level Cool, ich kann dich auch nicht anvisieren, ich will dich glaube ich auch gar nicht anvisieren Das wurmt mich, dass da ein Elite steht und ich Mir fehlt halt nicht viel Leveltechnisch um den zu machen Okay, let's see, was ist hier bei dem Supply drauf? Nein, ein paar 23er-Mobs, das müsste machbar sein Ja, ein paar 24er-Skorpies, die maybe adden, aber okay Dann haben wir den hier Blocker Kriegerretter Welp, der Retter ist unser erster Target Der ist weg, dann können wir den hier nehmen Der Tank alleine wird nicht viel können Sehr gut Ой, away, away Bloody Diese Dann Ich muss gerade auf mein Handy gucken, weil meine Gruppe hat es ja schon fast hingekriegt. Was ist hier drin? Arbeitergurt, ok. Da oben drauf ist Dingsigöchi. Äthershit, den nehmen wir auch noch mit. Okay. Ja, ach so, ja. Schon erstaunlich, dass ich ihn von hinten hitte. Aber ich werde da nichts gegen sagen. Spektakular. Das hier ist der Rand. Dann gehen wir doch mal an dem Rand hier lang. Da unten ist noch ein Flöti und da ist irgendwie ein Höhleneingang, glaube ich. Okay. Ach, da ist so ein Tor. Füße ich das auf? Anscheinlich. Okay. Das ist halt weird, dass hier ein Tor ist. Ja, das Problem ist, ich kann nur einen Marker setzen. Ich würde es mir gerne markieren für später, aber hey, geht nicht. Was? Hier有 Vorsitz, ich würde es zeigen. Dann geben ihm den normalen Noah. Äh, Auto in? Danke. Das ganze Nachts, wir werden hier drauf. Das ist okay, Herr Tor. Aber wir können nicht mehr weiter. Die Veränderung. Die Veränderung der Veränderung. Die Veränderung oder die Veränderung. Ja. Die Veränderung. Ich wachte gerade auf meinen Kreuzschlag da oben, der ewig braucht. Mag wer mir die Aqua abnehmen? Danke. So, meine nächste Attack ist in Hands. Ich sehe schon, ich glaube gleich der Main-Quest hinterher und die Main-Quest ist einfach bis easy, weil die eben 10 Level unter mir sind. Ich kann mich hier hochfighten, ha? Findest du das? Ich meine, ich bin zwar jetzt Atali lost in sight stuff, aber keiner feind wirft. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. 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 Oh Das macht so viel Schaden Es ist einfach crazy Wenn deine Autohit nicht mal 100 Schaden macht Aber dein Special macht irgendwie 2000 hast du nicht gesehen Los Mädels Go Attack Nice One Brown Gib mir wieder meine Klettrails Okay Bleed ist drauf Ist eigentlich irgendwie bekannt Wie lang das Game grob ist Also das letzte was ich gelesen habe Ist dass Die beiden anderen Games Fünfmal in dieses Game reinpassen würde Let's see Ob How Long to Beach Schon irgendwas hat auf Chronicles 3 Äh Chronicles 3 Nope Anscheinend hat es noch keiner durch Das heißt das spiele ich schon mal länger als Wann ist es rausgekommen? Freitag Scheint schon mal mehr als 60 Stunden zu sein Was hinhauen würde Ich meine wie viel habe ich für Xene gebraucht Auch um die Für zwei gebraucht Um die 60 Stunden Darf ich bitte ein Deal haben? Der hat mir wehgetan Ich meine meine jetzigen Tempo brauche ich einen Monat Aber ich muss gestehen im Moment enjoy ich das Spiel extrem Von daher finde ich das nicht so tragisch Ich meine ich hätte schon vor einer Stunde main quest machen gehen können aber Warum? Ich scheine auf jeden Fall etwas länger zu sein Wie unerwartet Wie ein jrpg Weil ist es wirklich jrpg? Keiner ne? Naja ich würde sagen es ist nicht so Hey Ich setze mich mal hier mit dem Spielerspiel in 20 Stunden durch oder so Das ist glaube ich nicht der Fall Ich war die mvp Ich war die mvp Ich war die mvp Ich war die mvp Duh 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 ich glaube es ist die ganzen weg hier hoch nur damit hier oben literally nichts ist werden ich kenne mich und ich habe was gefunden ja den großen elite mob das ist basic wie alles was hier oben ist ich will jetzt nicht ohne irgendwie mich vorzubereiten diesen elite mob breiten sonst weil ich auch noch anscheinend klein am arsch ab ja hier sind mehrere okay da ist nun elite hier oben und bin ich denn überhaupt gar nicht nicht erzählen da sind in der ding aber ich meine wir können in die richtung weiter und gucken ob wir hier irgendwo shortcut aufmachen können also weil die ziplines kann ich nicht benutzen mein chance noch zu blöd für sie bleiben ich bin halt mal gespannt ob ich noch mehr party mitglieder krieg weil wir haben ja eben gesehen ein siebtes party mitgliedern geht da auf jeden fall auch noch rein aber ich glaube nicht dass wir mehr als sieben kriegen da ist ein container nehr nehr wie 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 ich bin da wie 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 ich zuletzt hier da ist ein container wir müssten quasi da hinten hin oder und ich gucke da unten sind sogar mehrere töten flötis sondern nicht darunter sondern drumrum und dann da hoch und dann darüber ok let's try das als erst mal gehen wir da unten die beiden flötis aufheben den fall müsste ich überleben so da komme ich nicht hoch hier mal denn hier such as die off seer's duty ich meine da unten ist auch noch einer eigentlich noch da richtig da ist einer ich Mag irgendwer taunen? Danke. Äh. Achso. Vielleicht hatte doch immer den flirten Typ gesehen. Okay. Da unten ist auch noch einer. Also da unten. Ich hab grad so ein bisschen schon die Orientierung verloren, wo ich überhaupt lang bin, ne? Okay. Da waren die 40er Elites. Okay. Boah, hier sind ganz viele. Look at this. Das hier ist nicht das Becken, wo der Elite spawned. Das war auf der anderen Seite. Okay. 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 Level up. so ich kann ja mal gucken habe ich vielleicht inzwischen mal er hat seine aktuelle klasse fertig gelernt das heißt du wirst wieder mächtiger tank du bleibst hier was ist deine nächste klasse du machst den fertig wir beide lernt noch okay es ist feine wieder zeit mir zu spielen doch ich würde in deutschland spielen weil er ist cool aber nicht diesen langweiligen zweihand blocktank der ist super boring ich vergesse mal dass das mius ursprüngliche klasse ja tank war ich weiß nicht ob zwei tanks nicht vielleicht sogar zu viel sind glaube ich gesagt dass man sich hier einmal komplett um den krater rum um dann da hinten drauf zu können falls man jemals irgendwo hin porten müssen weiß ich auf jeden fall schon mal wie hier hin kommen so ich hatte hier hinten in den dings gesehen und können das doch ich meine da kann man aber ich muss meine accessoires ändern ich bin gerade wieder eingefallen sie hat ja noch die tank erstes mal son wurde bei hier I still would like a heal or two. Bei meinem Problem ist gerade, dass beide meine Healer die Tactic-Healer sind, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Problem gerade. Let's see. Ihr seid beide Taktiker, ne? Okay, das ist ein Problem. Pass auf. Ich glaube nicht, dass wir mehr als einen Tank brauchen. Ja, aber du bist halt kurz vorm Label, vorm Rank ab. Scheiße, hat irgendeiner von euch noch nicht den anderen gelernt? Ah, ich habe nicht jetzt wirklich was dabei hilft. Mehr Heilung. Ich brauche nicht mehr Heilung. Ich brauche schon mehr Heilung, aber ich brauche quasi... 20% Heilung, Kapazier. 11%... 20% weniger Wut. Also 20% weniger Wut, definitiv nicht. Dann gäbe ich 11% hier. Ja. Das ist Ausweichen plus. Das Problem ist, hier sind keine Heiltechniken drin, ne? Bodenstoß. Produziert Dings. Mehr Wut. Mehr Wut. jetzt tut lag das in der hoffnung dass das irgendwie aufgeht ich glaube zwar nicht aber an sich geht es aber sobald ich mehrere habe ich halt immer halb probleme wow hat mein attacke komplett verfehlt anscheinend oh gott Ich meine, das ist ein Skorpion. In der Theorie sollte das nicht das Problem sein. Na, da haben wir den zweiten gepolt. Jetzt wird es wieder hässlich. Gut, dass ich da rausgegangen bin, das hat mich gekillt. Funktioniert doch, du musst dir eine richtige Ausrüstung geben. Ausrüstungsmin Maxi macht halt so viel aus, da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Der Container ist echt gut versteckt. Okay, ähm, ja meine Idee ist hier runter zu springen und zu gucken, was da hinten ist. Und den 26er Elite ignorieren wir mal. Secret Pointer? Cool. Verstehe ich zwar nicht, warum der Secret ist, aber sure. Das ist sogar der erste. Secret Point, den ich gefunden habe. Hm. Interessant, dass mich das nicht da auf die andere Seite gebracht hat. Das, was ich eigentlich erwartet habe. Pseudo Gift E-Feuer, okay. So, dann gehen wir mal hier raus und jetzt noch die andere Seite lang. Falten wir den? Ich weiß nicht, ob wir den falten sollen. Ich bin der Meinung, wir sollten den nicht falten. Well, ich weiß nicht, wir falten den. Well, du denkst, wir sind unsere Sonnen, drei serien. Wir suchen uns hin begrenzt. Wir suchen uns hin. Wir so mit, ich weiß nicht. Wir suchen uns hin. Wir suchen uns hin. Wir suchen uns hin. Wir suchen uns hin. Wir tun uns hin. Juni kriegt ein bisschen auf den Sack, aber die brennt halt auch. Soll ich den Sack, aber die Brennt halt. Die höhere Syncru-Level sind ein bisschen crazy von Damage her. Cool. Hat Dings gerade seinen Rank gekriegt? Yes, hat er ja. Okay. Ich glaube, er hat jetzt alle Klassen bis auf die Heiler, ne? Ne, er hat das ja noch nicht. Aber ich glaube, ich würde ihm gerne einfach den Heiler hier geben. Und dann kriegt er... Was wollte ich ihm gerade geben? Ich wollte ihm gerade irgendwas geben. Keine Ahnung. Ach, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte... 120 habe ich, ja? Kraftaufladung alle. Äh, ja hey, schul, das nehmen wir mit. Was ist hier oben? Das endet in Hitzeleiste und... Ab wir ignorieren. Ja, ich glaube, ich vergrüße mich jetzt erstmal hier oben drauf. 150 verkehrten Kraft, ja? Was ist mit euch? Äh... Ich würde anwerfen... Wieso kann ich den nicht... Achso, weil ich keine Pottings mehr habe. Ähm... Ich habe gehört, was ist schönes. Was ist hier unten? Ah, keine Punkte mehr, okay. Wollte ich ihm noch irgendwas geben? Ich glaube nicht. Jetzt fein merkt das. So, bin ich ja hinten hier oben so langsam alles abgegangen? Letzt her. So. Ja, das ist das Ding in der Mitte. Das sind die 40er. Und da ist ein Äther-Kanal, aber ich glaube nicht, dass ich da rankomme. Kann ich nicht hier irgendwie hoch und dann... Jetzt, wir gucken nochmal von der... Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Da wollte ich gerade sagen, hier stehe ich hier unten, ne? Nicht, dass wir nachher noch Main-Quest machen gehen. Monker. Woran bin ich hängen geblieben? Weiß niemand, ja? Cool. Versuche ich gerade nur... Hier ist noch eine Tür. Wait, wait, wait. Wo ist hier eine Tür? Oh, ist das die Tür unter mir? Warum kriegt Noah so viel aufs Maul? Du bist heiler. Und dann... Wie soll ich mal weg ihr? Jetzt... Alle... Dann werde ich von drei Trash-Mops verbrügelt. war das herr vernehmen ja was wir machen wir flüchten den ganzen mal ich bin ich überhaupt nicht geheuer ich habe vergessen dass ich ein kommenter okay warum stirbt hier was wie wo weg warum okay das funktioniert so weit ist mit ihr madame warum hältst du keine agro jetzt treibt es und wie wäre es wenn du mal das minus agro den kriegst und ihr bleibe sein fein so ich glaube dass die tür die ich hier hinten sehe ist die tür die hinten auf der klippe war wird man jetzt vielleicht nicht alle polen der letzte das ist einer juni hat agro wenn ich ziehe agro weil ich grad krit für ihr schaue das ist fein okay keine ahnung was das von der tür ist ich vermute unter mir irgendwo in wo der warhausen weiß es nicht